hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder nach dem ticket und heute habe ich leider schon das ticket geholt ich habe es gefilmt was das gefilmt ich habe es aufgenommen allerdings ist mein rechner abgestürzt und die ganze aufnahme kaputt deswegen mache ich jetzt so ein zwei stunden ticket wieder ich spiele das war kurz ich habe gerade heruntergeladen ich habe auch mein alter account gesucht aber ich habe ihn mal wieder nicht gefunden also ist das auch so ein spiel wo man sich einloggt und das spiel nicht löschen darf so ein ist was mal wo haben wir facebook sind ja ach da sind ja da ich jetzt sowieso nicht merken wie das heißt das server deswegen oder warte mal ich muss mir mal was einfallen lassen ich nehme immer den der mit a empfängt nach den alphabet mache ich das so oder egal ich muss sowieso wieder von neu empfangen da ist so mein account mit partag aber ich war viel weiter ich habe ich glaube das habe ich schon mal gesagt genau das gleiche die aufnahme müsste vor zwei monaten glaube ich gewesen sein witzig egal warum verschwindet hier immer wieder alles das macht doch schon kein spaß mehr oder naja also wir müssen machen ein weiteres wohngebäude bauen okay machen wir gebäude bauen ein wohngebäude platzieren dahin fertig produzieren nein ich sollte immer nach drüben und den nach da den nach da gut zurück fertig abschließen und eine zweite werkstatt wird gemacht wir bauen eine werkstatt militär wir müssen erforschen wir müssen erforschen eine werkstatt hallo werkstatt gibt es hier keine werkstatt hier ist auch die werkstatt freischalten technologie ist freischalten wir müssen erforschen wir müssen erforschen eine werkstatt bezahlen frei fertig aber den auch gleich geht ja nur geradeaus daher ist das egal und weiter jetzt zurück und wir bauen jetzt die werkstatt da ist leider kein weg hin dann platzieren wir doch einen weg machen wir doch mal so machen wir doch mal so Wird gemacht, Getränk produziert. Okay, abgeschlossen. Nächste Aufgabe, zwei weitere Wohngebäude. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich wollte ja eigentlich jetzt so eine Art Schnecken statt Bauen, sage ich jetzt mal. Das Gebäude kriege ich natürlich hier nicht rein. Könnte ich das hier hin machen? Machen wir einfach hier hin. Eins. Und noch ein Wohngebäude. Zwei. Gut, dann haben wir das auch schon mal. Fertig. Jawoll. Ist dann mit Steuern ein. Okay, machen wir. Habe ich es auch schon ein paar Mal. Ich bin gerade. Komm, wir bauen die aus. Ah, kein Bauarbeiter mehr. Dann warten wir. Dann warten wir jetzt mal kurz ein paar Sekunden. Wie lange dauert das denn mal? Keine Ahnung. Eine Minute? Nein, ist was anderes. Und was können wir hier noch produzieren? Nochmal Wasser oder... ...einen Tag, wow. Ausbauen. Wie lange dauert die Erweiterung? Eine Stunde und 33 Minuten. Warte mal, was ist denn mit denen eigentlich? Eins, zwei, drei. Ach, das passt doch. Okay, wir bauen die Stadt ein bisschen um. ... ... Okay Dann kommen hier die 3 Gebäude rein, einer passt noch rein Machen wir das da hin 3er Gebäude Und auch ein 3er Gebäude Es ist doch nice, passt ganz genau Okay Einmal Steuern einkassieren Zack Fertig Abschließen Und da auch Ausbauen Die nächste Werkstatt brauchen wir Wird sofort gemacht Und fertig Was machen wir jetzt? Schöner wohnen Nein Jetzt soll ich die Ausbau machen Scheiße Obwohl es geht noch, ja Ein Ausbau ist noch in Gange Okay Haben wir gemacht Was jetzt? Sammeln Wissen in der Welt Verhandeln in 2 Provinzen Gut Können wir machen Welt Wir sind hier, wir müssen mit 2 Provinzen fern gehen Was brauchen wir? Einmal Holz Und Nehmen wir den hier Danach können wir den noch nehmen Ach das war das gar nicht? Ich dachte das wäre das Wissen Der ist in der Gelde und der ist in einer Gelde Okay Abgeschlossen Wir haben verhandelt Zurück Was brauchen wir jetzt? Okay Wegweiser Oh das Hauptgebäude Aufleveln Dann bauen wir erstmal den Wegweiser Wegweiser, wo ist er? Militärkinder Da ist er Ach die bauen wieder beide Ach du meine Kacke Eine Stunde dauert das Abbrechen So Irgendwo Abbrechen So Wir sollen den ausbauen Und Wir bauen Kultur Ein Wegweiser Da ist mein zweiter Wegweiser Da ist mein zweiter Wegweiser Neun diamanten Neun diamanten Das dauert zehn minuten Na gut Also ich wollte jetzt hier eigentlich So ein Schneckenweg machen So ein Schneckenweg machen Fertig Und den wollte ich dann noch da reinsetzen Und den wollte ich dann noch da reinsetzen Dann könnte ich auch noch da reinsetzen Eigentlich Egal Kaserne Ich geh schon mal auf Kaserne Ich geh schon mal auf Kaserne Nicht kalt Und dreimal nicht teilgenommen Ich bin zurzeit zu Hause Ich bin krankgeschrieben für zwei Tage Deswegen Kann ich auch ein bisschen mehr spielen jetzt Gut Das war's für heute Danke fürs Zuschauen Ich würde mich freuen Wenn euch noch mal nichts Bis dann wünsche ich euch viel Spaß Und auf Wiedersehen Ciao Ciao